Auf der Reisestrecke würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie früh aufstehen, wenn das Schiff dann durch die Landschaft gleitet und jetzt im Herbst, wo sich morgen der Nebel über die Landschaft legt, das ist schon ein sehr schöner Augenblick. Untertitelung. BR 2018 Hier bei uns auf der Rosa Viva können Sie vieles Interessantes entdecken. Zum einen auf dem Schiff, wir haben einen schönen Spa- und Wellnessbereich, wir haben viele verschiedene Ausflüge, wo Sie Land und Leute kennenlernen. Wir wünschen den BNN-Lesern alles Gute, viel Glück bei der Preisausschreibung und wir würden die Gewinner recht herzlich hier bei uns an Bord der Rosa Viva begrüßen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.